Du hörst Marius' Lebensimpulse, die Sendung für Dein Persönlichkeitskick. Dies ist eine Aufzeichnung der Live-Sendung von Radio Rheinwelle 92.5. Aus rechtlichen Gründen ist die Musik entfernt worden. Stattdessen hörst Du an diesen Stellen einen kurzen Jingle. Ich wünsche Dir viel Spaß mit Marius' Lebensimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marius' Lebensimpulse. Hier auf Radio Rheinwelle 92.5, die Sendung für Deinen Persönlichkeitskick. In dieser Sendung geht es um zentrale Lebensthemen und darum, wie Du das Leben leben kannst, das sich Dein Herz wünscht. Ich heiße Marius Schäfer und freue mich, Dich wieder einmal zwei Stunden lang begleiten zu dürfen. Heute geht es weiter mit der Lesung aus meinem Buch, Endlich enttäuscht. Und vielleicht schaffe ich es ja heute, Dich wieder ein bisschen mehr zu enttäuschen. Und bevor ich da tiefer einsteige, kommt gleich ein bisschen Musik für das Herz, für die Seele. Denn das ist mir nach wie vor sehr wichtig und dieses Stück ist für alle Mütter gewidmet und einer ganz besonders, nämlich meiner. Schön, dass Du wieder da bist. Mama von Il Divo. Ja, und du hörst Radio Rheinwelle 92.5. Falls ich es noch nicht gesagt habe. Aber ich habe es. Das war nur ein Lückenfüller. Ich springe einfach mal direkt rein in die Lesung. Und ich habe nicht nur das Buch dabei, sondern ich habe viele weitere interessante, nützliche Informationen. Für die Wiesbadener ganz besonders heute, aber für alle anderen natürlich auch. Also dranbleiben lohnt sich. Lass dich überraschen. Und dann werde ich wieder ein bisschen berichten, was mir so in den letzten zwei Wochen widerfahren ist. Doch jetzt geht es um das nächste Kapitel in meinem Büchlein. Und das fängt ja immer an mit einem Zitat und dann kommt das Kapitel selbst. Genau. Ich bin wie alle Menschen. Ich sehe die Welt so, wie ich sie gerne hätte. Und nicht so, wie sie tatsächlich ist. Paolo Coelho Ich sehe was, was Du nicht siehst. Solange Du interpretierst, was sein könnte, lebst Du in Deiner Illusion und in Deiner Vorstellung. Solange Du Deinen eigenen Illusionen unterliegst, wirst Du nicht in das wahre Leben eintauchen. Du wirst sehen, was Du sehen möchtest. Und Du wirst hören, was Du hören möchtest. Folgende Szene spielte sich auf dem Jakobsweg in Spanien ab. Ich habe im Rahmen eines Seminars sechs Menschen auf dem Camino begleitet. In einer der Nächte waren wir in einem Zehnbettzimmer. Die anderen drei Betten waren von fremden Pilgern belegt. Aufstehen war bei uns um sechs Uhr angesagt, eine Zeit, in der es noch dunkel war. Person A, nennen wir sie Bertha, stand um sechs Uhr auf und machte das Licht an. Person B, nennen wir ihn Siegfried, fragte, warum machst Du das Licht an? Und Bertha antwortete, die anderen sind schon weg. Ist das nicht spannend? Bertha hat zwar eine Antwort gegeben, aber die Frage damit überhaupt nicht beantwortet. Und das Beste kommt jetzt. Später erzählte Bertha nämlich, und als ich das Licht anmachte, da hat Siegfried gesagt, ich solle das Licht ausmachen. Aus, warum machst Du das Licht an, wurde für Bertha, mach das Licht aus. Bertha hätte ja auch antworten können, damit ich besser sehen kann. Stattdessen hat Bertha etwas gehört, was nicht gesprochen wurde. Als ich Bertha später fragte, was Siegfried wirklich gesagt hatte, war sie felsenfest davon überzeugt, er habe, macht das Licht ausgesagt. Und ich habe noch ein Beispiel, das in diese Kategorie fällt und das mir deutlich vor Augen geführt hat, wozu wir alleine durch unsere Überzeugungskraft fähig sind. Bei einer der Ausbildungen, die ich gemacht habe, gab es am Ende entweder eine Teilnahmebestätigung oder eine Urkunde für besondere Leistungen. Und wir wussten bis zur Vergabe nicht, wer was bekommt. Wir waren alle feierlich versammelt, wurden nach und nach aufgerufen und holten uns nach und nach das Schriftstück bei dem Ausbildungsleiter ab. Eine der Teilnehmerinnen kam mit ihren Unterlagen zurück und sagte, sie habe nur eine Teilnahmebestätigung bekommen. Eine andere Teilnehmerin schaute sich die Unterlagen an und sagte, es sei aber doch eine Urkunde. Ungläubig schaute sie noch einmal nach und stellte fest, Sie hatte sich getäuscht. Es war tatsächlich eine Urkunde. Verrückt. Sie war so sehr von einer Teilnahmebestätigung ausgegangen, dass sie statt des Wortes Urkunde, das dick und fett auf dem Papier stand, das Wort Teilnahmebestätigung gelesen hatte. Sie konnte in dem Moment nicht sehen, was dort stand, weil ihre Erwartung es überschrieben hat. Ihre Vorstellungskraft war so stark, dass sie die Wirklichkeit nicht von ihren inneren Bildern und Gedanken unterscheiden konnte. Wir sehen und hören nicht das, was ist. Wir sehen und hören das, was wir sehen und hören wollen. Wir sehen und hören das, was unserer Überzeugung entspricht. Und zwar so lange, bis wir aufhören zu interpretieren. Bis wir entdecken, dass es einen Teil in uns gibt, der bestimmen möchte, wie es zu sein hat. Bis wir diesen Teil in uns entdecken und erkennen, dass er nicht nur interpretiert, sondern auch manipuliert. Unsere Augen sind nicht nur ein Organ, das etwas auf- und wahrnimmt. Es ist auch wie ein Projektor. Wir projizieren unsere Geschichte auf das, was wir sehen. Wenn du eine Rose siehst, was verbindest du mit ihr? Die Bandbreite der Möglichkeiten ist so groß und jeder von uns sieht eine andere Rose, obwohl es doch dieselbe Rose ist. Wir stülpen dieser Rose unsere Geschichte über. Der eine sagt, oh, diese Rose duftet so schön und sie erinnert mich an meine erste Liebe. Der andere sagt, Achtung, die hat Dornen, eine Rose, die hat mir mal sehr wehgetan, die ist gefährlich. Und dabei ist die Rose einfach nur eine Rose. Sie ist, wie sie ist. Erst du machst die Rose romantisch oder gefährlich oder duftend. Was siehst du, wenn deine Geschichte und deine Erfahrung ausblendest? Was bleibt, wenn du etwas betrachtest und dich dabei raushältst? Wenn du siehst, ohne dass du das, was du damit verbindest, siehst? Was hörst du bei einem anderen Menschen, wenn du ihm wirklich zuhörst, ohne zu interpretieren, was er gemeint haben könnte? Aus, hast du eine Uhr? Machen wir automatisch, wie viel Uhr ist es? Dabei wissen wir den Hintergrund der Frage doch gar nicht. Aus, ist das Fenster offen, wird zum Beispiel mit, soll ich es schließen, geantwortet. Natürlich kann es sein, dass mit, hast du eine Uhr, tatsächlich gemeint ist, wie viel Uhr ist es? Aber wir können es nicht wissen. Und wenn wir mit unserer Interpretation, und wenn wir mit unseren Interpretationen daneben gelegen haben, wer ist dann enttäuscht? Na wir. Yippie. Hör auf zu interpretieren, sondern sieh immer mehr einfach das, was ist. Es wird dein Leben so viel entspannter machen. Denn, dann brauchst du dir nicht mehr den Kopf darüber zu zerbrechen. Übung. Nimm dir einen Gegenstand, wie zum Beispiel eine Rose. Schau ihn dir fünf Minuten lang an und wiederhole die Bezeichnung. Sprich sie einfach laut aus. Zum Beispiel Rose. Sag dabei nicht wunderschöne Rose oder duftende Rose, sondern nur Rose. Und wiederhole mindestens fünf Minuten lang nur Rose, laut ausgesprochen. Beobachte, was passiert. Sieh dich anschließend im Raum um und benenne mindestens zehn Minuten lang die Gegenstände, ohne ihnen ein Attribut zu geben. Tisch. Stuhl. Tasse. Und während ich jetzt so den letzten Teil vorgelesen habe, ist mir noch was aufgefallen, was mir da noch nicht so bewusst war. Weil es könnte ja sein, dass ich... Dieses Beispiel mit dem hast du eine Uhr. Es könnte ja sein, dass ich das beigebracht bekommen habe. Hast du eine Uhr? Wurde mir vielleicht so vorgelebt, wie... Damit ist immer gemeint, wie viel Uhr ist das? Und dann könnte es sein, dass ich das so übernommen habe und mir gar nicht bewusst ist, dass ich eine Frage stelle, die eigentlich einen anderen Sinn hat. Das Ergebnis ist allerdings das Gleiche. Wer mich kennt, der weiß das. Das heißt, dass ich immer sage, du darfst die Dinge liebevoll hinterfragen. Also es geht nicht darum, ein grundsätzliches Misstrauen aufzubauen, sondern dass ich immer mehr liebevoll hinterfragen darf, ist das wahr? Ist das wirklich so? Stimmt das? Ist das wirklich meine Wahrheit? Und das ist ja die entscheidende Frage. Was ist meine Wahrheit und nicht die erlernte oder mir vorgelebte Wahrheit? Denn das ist genau der Teil, der wie eine Festplatte ist und einfach nur abspeichert. Ich bin aber mehr als die Festplatte. Und die Festplatte ist so unendlich wichtig. Doch ich darf ganz liebevoll sagen, ist das wahr, was ich da denke? Bin ich im Einklang mit dem, was ich denke und tue? Und welche Gefühle löst das in mir aus? Und so kann ich mich selbst immer mehr, immer mehr, immer mehr entdecken. Und ich kann immer tiefer, immer tiefer an meinen wahren Kern kommen und erkennen, was der Unterschied ist zwischen meiner Festplatte und meinem wirklichen Selbst, meinem wahren Ich. Und wir brauchen einander. Doch da kommt eben genau der Teil dazu, der mehr ist als das, was ich von außen erlernt oder vorgelebt bekommen habe. Und da, wie soll ich sagen, da wird es einfach und schön und ganz weit. Oh, thank you. Thank you. Dankeschön. Thank you von Jesus Army und davor Nas Alturas von Karika Chandra Edgar. Ich muss immer selbst lachen, weil ich manchmal nicht weiß, wie die Namen ausgesprochen werden und ich aber vorher auch irgendwie niemanden gefragt habe. Ich gehe dann einfach nach dem Gefühl, nach meinem Gefühl. Doch jetzt reisen wir erstmal weiter in das eigene Ich, in das Selbst. Und da lohnt es sich auch immer wieder, den Blick nach außen zu richten, weil das Außen ist immer ein Spiegel deiner selbst. Das heißt, du kannst viel über die anderen lernen, wenn du bereit bist zu reflektieren. Und ich unterstelle dir einfach mal, dass du bereit bist, das zu tun, sonst würdest du diese Sendung nicht hören. Sei denn, du bist hier Zwangshörer, falls es sowas gibt. Wenn du damit beginnst, dich denen aufzuopfern, die du liebst, wirst du damit enden, die zu hassen, denen du dich aufgeopfert hast. George Bernard Shaw Was anderen gut tun würde Weil etwas für dich gut ist oder gut war, heißt das noch lange nicht, dass es jetzt auch für jemand anderen das Richtige ist. Hand aufs Herz Weißt du, wie du tickst? Wie du funktionierst? Wieso? Weshalb? Warum dir immer die gleichen Dinge im Leben passieren? Und warum du so bist, wie du bist? Hast du auf alles eine Antwort? Kennst und verstehst du alle Zusammenhänge im Leben? Ich gestehe, ich tue es nicht. Ich bekomme immer mehr einen Einblick, Verständnis und Erfahrung, quasi eine Ahnung von all dem. Doch wissen tue ich es nicht. Und immer dann, wenn ich denke, es zu wissen, dann zeigt mir das Leben etwas, das ich noch nicht verstehe. Viele Menschen haben sich auf die Brust geschrieben, die Welt zu retten und zu missionieren. Nach dem Motto, ich hole dich aus deinem Leiden raus und ich sorge dafür, dass du ein glücklicheres Leben hast. Es fehlt allerdings oft der Zusatz, ich habe nur keine Ahnung wie. Nehmen wir ein anderes Szenario. Ein Schüler in der sechsten Klasse hat Schwierigkeiten im Fach Mathematik. Das soll es ja hin und wieder geben. Und fragt daher nach zusätzlicher Unterstützung. Sollte er sich jetzt an einen studierten Mathematikprofessor wenden oder würde es auch gehen, wenn er von einem Schüler der siebten oder achten Klasse lernt? Genau, es reicht. Und wie passt das jetzt zusammen? Auf der einen Seite die Menschen, die keine Ahnung haben und andere retten wollen. Und auf der anderen Seite ein Sechstklässler, der sich von einem Siebtklässler helfen lassen kann. Ganz einfach. Der Siebtklässler bewegt sich in seinem Erfahrungs- und Wissensbereich. Er versucht eben nicht, einem aus der neunten Klasse etwas beizubringen. Prüfe, wo du dich außerhalb deines Kompetenzbereiches bewegst. Entweder, weil du dich nicht in deiner Angelegenheit befindest oder einfach, weil du davon keine Ahnung hast. Nennen wir das Kind beim Namen. Was ist deine Motivation, anderen zu helfen? Welche Erfahrung hast du durch dein Helfen an den anderen? Die meisten Menschen antworten hier schnell mit, ich habe keine Erwartungen. Und das ist nicht wahr. Es ist ihnen im ersten Moment nur nicht bewusst. Spätestens wenn sie selbst Hilfe brauchen, was bei Leuten mit Helfer-Retter-Syndrom nicht selten vorkommt. Dann erwarten sie, dass ihnen geholfen wird. Schließlich haben sie schon so viel für andere getan. Dann sei das doch selbstverständlich, dass ihnen auch geholfen wird. Und schon sind wir bei einer dieser verborgenen Erwartungen. Kommen wir wieder zum Helfen. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass du ein Helfer-Syndrom hast. Und wenn nicht, dann tun wir jetzt einfach mal so. Wir tun nur so, als ob, damit es einfach verständlicher wird, worum es jetzt hier geht. Wie kommt es, dass du meinst, es besser zu wissen, als die Person, die betroffen ist? Gerade im therapeutischen Bereich ist dieses Phänomen besonders häufig anzutreffen. Jemand empfiehlt mir ein Buch und sagt mir, ey, das Buch, das ist der Hammer. Das ist echt, das ist das beste Buch zu dem Thema X. Das musst du unbedingt gelesen. Das ist so, so gut. Ich sage dir, das verändert alles. Und dabei habe ich das Gefühl, als ob ich gar keine Wahl hätte, weil die Person sonst persönlich beleidigt wäre, wenn ich das Buch nicht lese. Für ihn mag das zugetroffen haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass es für mich jetzt auch zutrifft. Die Menschen denken da zu sehr in ihrem Geltungsbereich. Was für mich zu diesem Zeitpunkt das Richtige war, muss nicht automatisch für dich zu diesem Zeitpunkt das Richtige sein. Das heißt, du hast genau das bekommen, dass du bereit warst zu empfangen. Das Leben serviert dir immer deine Themen und mir serviert das Leben meine Themen. Vielleicht ist jetzt mein Thema, dass mir alle möglichen Leute immer alle möglichen Empfehlungen machen. Das ist meins. Nur gebe ich einem Jazzliebhaber auf einem Jazzkonzert die Empfehlung, dass er unbedingt auf ein Klassikkonzert gehen sollte, weil ich so gerne Klassik höre. Und bitte verstehe mich nicht falsch. Es ist nichts falsch an einer Empfehlung. Ich wiederhole mich hier aber gern und frage, was ist deine Motivation, anderen Menschen helfen zu wollen? Übung Wo gibst du vor, etwas zu können oder zu verstehen, obwohl du das nicht tust? Hör auf, dich und andere zu belügen oder bei dir. Hör auf, dich und andere zu belügen oder dir und anderen etwas vorzumachen. Schreibe auf, wo du dich in der Vergangenheit selbst belogen hast, wo du dich heute noch belügst und wo du glaubst, es morgen auch noch zu tun. Meditiere über die Frage, wie kann ich aufhören, mich selbst zu belügen? Ja, harter Tobak. Im Grunde genommen, wenn ich das so lese nochmal. Und da merke ich, da habe ich zwei Sachen vermischt. Denn dieses Selbstbelügen ist ein großes, großes Thema, wenn ich da hinkomme. Oder wenn ich bemerke, wo mache ich mir selbst was vor, wo belüge ich mich, weil ich im Endeffekt jemand sein möchte, der ich gar nicht bin, wo ich etwas vorgebe zu können, obwohl ich es gar nicht kann. Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema, was in dem Fall meine Motivation war, vielleicht hast du es gemerkt, war die Sache mit diesen Empfehlungen. Ey, das musst du unbedingt machen, das musst du unbedingt lesen. Und wenn du, wie ich, viel in diesen Seminarkreisen, in dem spirituellen Umfeld unterwegs bist, dann wirst du das mit Sicherheit kennen. Das ist meistens so, dass es dann eine Phase gibt, wo, ich schildere es aus meiner Richtung, aus meiner Sicht, als ich da vor knapp zehn Jahren angefangen habe, mich mit mir zu beschäftigen, warum ich so bin und alles, was dazu gehört. Da habe ich so viele schöne Sachen gelernt, wo ich gedacht habe, Alter, das muss doch jeder können oder wissen. Wenn das jeder kann oder weiß, dann haben wir doch endlich eine friedliche Welt, dann ist doch endlich die Welt in Ordnung. Also war das am Anfang meine Motivation, anderen zu helfen, um erstmal die Welt zu retten, damit es allen gut geht. Und das hat wiederum dazu geführt, dass ich nicht mehr bei mir geschaut habe. Das heißt, das Spiegelgesetz ist so ein schönes Beispiel dafür, dass, wenn, ich bleibe bei mir, als ich das verstanden habe, da ging es dann ganz schnell, dass ich gesagt habe, ja, ja, was macht das mit dir? Da darfst du mal gucken. Also wenn ich bei jemandem was ausgelöst habe, da kam jemand zu mir und gesagt, ey Marius, du guckst immer so grimmig. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, dann füll da mal rein. Guck mal, was das mit dir macht. So sinngemäß nach dem Motto, da habe ich nichts mit zu tun. Das ist nicht meine Baustelle. Ich bin nur dein Spiegel. Du guck mal bei dir. Ich brauche da gar nicht gucken. Das ist etwas, was ich sehr häufig beobachten darf bei den Menschen, dass die ganz schnell dann kommen und sagen, hier, guck mal da, da, guck mal da, guck mal da. Oder jemand sagt einfach nur was und dann heißt so, ja, ja, das ist ein Vaterthema bei dir, da guck da mal hin, mach da mal die Meditation. Obwohl der andere gar nicht danach gefragt hat. Das sind die, das war der zweite Teil von dem Kapitel, wo ich merke, die habe ich da vermischt. und ist, vielleicht können da jetzt mehr die Leute was anfangen, die in diesem Umfeld unterwegs sind. Dieses, da, ich muss den anderen helfen. Ich merke, das ist auf jeden Fall etwas, was meins ist und was ich mit der Zeit immer besser ablegen konnte und ich das Gefühl habe, dass ich immer mehr in so einen Zustand komme, wo ich sage, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was dir wirklich hilft. Ich habe keine Ahnung, was da wirklich vor sich geht. Ich kann nur meiner Intuition folgen und dir dadurch etwas anbieten, wo ich das Gefühl habe, das könnte helfen. Aber dieses Bewusstsein wird immer größer, du hast es in der Hand. Du bist ja der Verursacher deines Leides, wenn du welches hast. Und du bist auch derjenige, der das wieder ändern kann. Niemand anderes kann das für dich machen. Natürlich kannst du Unterstützung holen und das ist auch immer wieder empfehlenswert, da nicht alleine, komplett alleine durchgehen zu wollen, zu glauben, zu müssen, sondern dass du dir erlaubst, Unterstützung zu holen, in welcher Form auch immer. Allein, ob du dir ein Video irgendwo anschaust oder ob du mit jemandem redest, ob du zu einem bezahlten Therapeuten gehst oder ob du deinen besten Freund fragst. Das spielt keine Rolle. Nur erlaube dir, dir Unterstützung zu holen. Wenn du mehrere Sendungen von mir gehört hast, wirst du vielleicht auch festgestellt haben, dass das auch der Tenor ist, den meine Gäste ausgesprochen haben. Also alle die, denen ich bis jetzt begegnet sind, da war noch keiner dabei, wo ich sagen könnte, der ist da komplett alleine durch, sondern im Grunde genommen kam oft die Wende unter anderem an dem Punkt, wo er gesagt hat, und dann habe ich mir Hilfe geholt. Nämlich ein wichtiger Punkt ist auch, dass da zugehört, sich einzugestehen, ich darf was verändern. Und von außen kommt es manchmal ja härter oder klarer, dass jemand sagt, ey, so geht das nicht. So funktioniert das nicht. Das heißt, dieser Input kann sehr wertvoll sein. So. Genug geredet für den Moment. Ich habe noch so viele schöne Lieder. Deswegen kommen jetzt einfach mal zwei bis drei am Stück. Und ich fange an mit Mando Diau Long Long Way. I got a long, 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 long way. Als wir kaum wussten, wer wir sind. Max Giesinger, die Reise. Und davor auf das, was noch kommt. Lotte und Max Giesinger. Huh, Zufälle gibt's. Habe ich da jetzt was doppelt gespielt? Ich bin verwirrt. Dinge gibt's. Davor. Long Long Way. Mando Diau. Manchmal bin ich gar nicht da. Dann mache ich Dinge und ich bin gar nicht da. So wie eben. Da habe ich einfach auf Play gedrückt und war gedanklich wo ganz anders. Habe gar nicht genau zugehört. Auf jeden Fall, das eine Lied heißt auf das, was noch kommt und das andere Lied heißt die Reise. Spannend. Die Reise geht weiter. Im Buch. Endlich enttäuscht. Zur Wahrscheinlichkeit gehört auch, dass das Unwahrscheinliche eintreten kann. Aristoteles. Die Wahrscheinlichkeit zu leben. Wenn du schon auf ein großes Geschenk in deinem Leben wartest, nein, wenn du auf ein großes Geschenk in deinem Leben wartest, dann besitzt du es schon. Es ist das Leben selbst. Ein Gedankenexperiment. Stell dir einmal das Universum vor. Mit all seinen Galaxien, Sonnensystemen und Planeten. Es ist riesig. Vielleicht sogar unendlich groß. Die Erde ist der einzige Ver... Das passiert immer, wenn ich zu schnell lesen möchte. Die Erde ist der einzige uns bekannte Planet, auf dem Leben existiert. Dieses Leben in Form von Menschen, so wie wir es kennen, gibt es seit ein paar wenigen Millionen Jahren. Im Vergleich zum Alter des Sonnensystems ist das wohl ein sehr kurzer Zeitraum. Zehenwechsel. Ein Samenerguss des Mannes enthält ca. 40 Millionen Spermien. Eine davon kann die Eizelle der Frau befruchten. Eine einzige. Die Eizelle der Frau empfängt nur an bestimmten Tagen im Monat und die Spermazellen. Ein Mann, der sagen wir mal 100 Samenergüsse im Jahr hat, kommt so auf 40 Milliarden Spermien. Wie viele hatte dein Vater wohl, bevor er dich gezeugt hat? Wie viele davon sind leer ausgegangen? Du warst einer dieser Milliarden Spermien und daraus bist du entstanden. Ein Lottogewinn ist ein Witz dagegen. Und jetzt frage ich dich, was machst du aus diesem Geschenk? Was machst du aus dir, deinem Leben und dieser Einzigartigkeit? Übung. Versuche dir vorzustellen, wo überall kein Leben möglich ist. örtlich und zeitlich. Leere Planeten. Nimm dir Zeit dafür. Schließe die Augen und fliege in deine Vorstellungen durchs Weltall. Sieh all die leeren Planeten überall, wo es kein Leben gibt. Und dann öffne die Augen und sieh das Leben um dich herum. Öffne dich für das Wunder, das es ist. Alice Merton Learn to Live. Das ist ja durchaus etwas, was auch viele von uns betrifft. Wir haben ja irgendwie keine Betriebsanleitung mitbekommen, die wir so virtuell abrufen können, wo dann drinsteht, okay, wenn das ist, was mache ich dann? Wie ist es dann am besten für mich? Sondern das dürfen wir entdecken. Ich glaube schon, dass wir da was eingebaut haben, sodass wir natürlich funktionieren und dann kommt irgendwo jemand und bringt das alles durcheinander und dann ist das durcheinander da. Dann haben wir den Salat. Wie mache ich es denn dann richtig? Ja, darum geht es im Endeffekt auch hier in der Sendung. Diese Lebensimpulse, sodass du mehr Ideen hast und vielleicht mehr Motivation und vor allen Dingen Inspiration, was du so tun kannst, dass du dein Potenzial mehr entfalten kannst. Denn es ist nicht so, dass wir alle ein Riesenpotenzial in uns haben, was wir nicht nutzen. Und ich weiß, dass ich oft verallgemeinere, auch in meinem Buch, doch jedes Mal dazu zu sagen, und es gibt Ausnahmen, das ist mir zu blöd. Also es gibt Ausnahmen, Ausnahmen bestätigen die Regel und einen schönen Spruch, den ich jetzt vor langer Zeit mal gehört habe, der mir zur Zeit aber immer wieder immer öfters in den Sinn kommt. Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Das beschreibt im Grunde genommen das Gleiche wie Ausnahmen bestätigen die Regel. Das heißt, jede Regel ist noch so wahr, ohne die Ausnahme gibt es diese Regel nicht. Noch anders formuliert, nichts ist ohne sein Gegenteil wahr, es gibt nicht diese eine einzelne Wahrheit, sondern das Gegenteil ist genauso wahr. Es gibt nicht nur eine Wahrheit, sondern es gibt viele Wahrheiten. Ich brauche das Gegenteil, damit das eine wahr sein kann. Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Und damit wird die Sache rund, es wird komplett, es wird immer runder und immer kompletter. So wie du schon rund sozusagen bist, du bist komplett. Im Endeffekt geht es ja darum, zu entdecken, dass du gut bist, so wie du bist. Dass du gar nichts verändern musst, dass du gar nichts verändern brauchst, um gut zu sein. Stell dir mal vor, du würdest dich zu 100% so lieben, wie du bist, mit all deinen vermeintlichen Fehlern und Schwächen und Macken. was würde dir noch fehlen, um wirklich glücklich zu sein? Die Antwort kann doch nur lauten, mir fehlt nichts. Wenn ich mich so in die Arme nehmen kann, für das, wie ich bin, dann muss ich nichts verändern. Dann kann ich dahin kommen, um festzustellen, oh, ich habe ja das ganze Glück schon in mir. es bedarf nur zu sagen, ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Das ist so witzig eigentlich. Ich versuche immer, also jetzt rede ich wieder von mir, ich versuche immer, Dinge zu verändern, um zu sagen, dann habe ich es geschafft, dann habe ich ein glückliches Leben, dann geht es mir gut, dann falle ich nicht mehr in diese tiefen Löcher rein, dann bin ich nicht mehr depressiv, dann bin ich nicht unzufrieden, dann bin ich nicht wütend oder was auch immer. Wenn ich endlich das gefunden habe, dass ich das nicht mehr bin, dann geht es mir doch endlich gut. Tja, Pustekuchen. Inzwischen ist meine Erkenntnis, wo ich sage, nee, gerade dann, wenn ich mich dann in die Arme nehmen kann und sagen kann, ich bin gut, so wie ich bin und ich darf so sein und der depressive Teil ist ein Teil von mir, den will ich gar nicht wegmachen, sondern genauso lieben und umarmen. Wo ist dann das Problem? Dann kommt eine Stille, eine angenehme Stille, eine Fülle, die Liebe, dann kommt wieder alles in den Flow und dann ist diese Bewertung nicht mehr da, das war jetzt schlecht oder gut, sondern es ist einfach so, wie es ist und so ist es ja immer, es ist ja immer so, wie es ist. Wo ist das Problem? Ja, aber ich will es anders haben und genau da fängt das Problem an. Ich will es anders haben und im Grunde genommen kannst du die Wörter hinten weglassen. Das Problem fängt an mit ich will und Problem bitte in Anführungszeichen sehen. Es fängt damit an ich will. Das heißt, da ist mein Ego, ich, der Marius und der möchte etwas, was jetzt nicht so ist, wie es ist. Das heißt, wenn ich wenn ich in einen Zug einsteige und der Zug ist voll und der ist sowas von überfüllt und ich bin gerade noch reingekommen und ich sage, ich will sitzen, dann habe ich sozusagen ein Problem, weil es vermutlich in dem Moment nicht geht. Wenn ich mich rausnehme, wenn ich dieses Wollen rausnehme, dann komme ich in das Sein. Wenn ich aus dem Wollen rauskomme, dann komme ich erst einmal in das Sein. Und aus dem Sein heraus kann ich geschehen und entstehen lassen. Wenn ich in dem Wollen bleibe, bleibe ich in dem Bedürfnis, einen Mangel zu haben. und der zieht und der zieht mich im Endeffekt aus dem Hier und Jetzt raus und hält mich in der Regel davon ab, in eine Handlung zu kommen, die im Einklang ist mit dem, was ist. Kannst du mir folgen? Wenn ich in dem Wollen, Bedürfnis, Mangel bleibe, hält mich das davon ab, in dem Ist-Zustand zu sein und in eine Handlung zu kommen, die im Einklang ist mit dem Leben. Und meine Erfahrung ist, es gibt nichts Schöneres, als in Handlungen zu sein, die im Einklang sind mit dem Leben. Wenn ich in dem Geschehen lassen bin und gar nicht drüber, also mich da gar nicht einbringen muss mit meinem Mangeldenken. Und es ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil daraus Schluss gefolgert werden könnte, dann darf ich nichts mehr wollen. Und dem ist nicht so. Du darfst natürlich vieles wollen. Die Frage ist, ob du das auch zurückstellen kannst, damit du in das Vertrauen kommst oder damit du das Vertrauen erlebst, dass das Leben gut für dich sorgt, dass du gar kein Mangeldenken in dem Sinn brauchst, weil alles da ist, dass du immer genau das bekommst, was du brauchst und was dir wirklich gut tut und was dir hilft, zu wachsen und zu erfahren. Das heißt, ich brauche gar nicht diesen Einfluss zu nehmen, etwas zu wollen, damit etwas geschieht, weil es sowieso geschieht und das Leben hat da den besten Fahrplan. Mag jetzt alles vielleicht sehr abstrakt klingen und meine Vermutung ist, dass da auch viele Leute sind, die sagen, ich verstehe, was du meinst. Sei lieb gegrüßt. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Erich Kästner Eines Tages werde ich. Niemand außer dir selbst ist für dein Glück verantwortlich. Erfülle dir selbst die Wünsche, die dich als Kind glücklich gemacht. Die Erklärung, wenn ich in dieses Stocken komme, ist, dass mein Verstand, mein Kopf, den Satz vervollständigt, ohne dass ich ihn gelesen habe. Und dann spreche ich das, was mein Verstand mir vorgeht, was da kommen wird, ohne dass ich es gelesen habe. Es passt sehr gut zu dem, was ich gerade gesagt habe. Erfülle dir selbst die Wünsche, die dich als Kind glücklich gemacht hätten. Beschenke dich jetzt selbst. Als kleines Kind hatte ich ein ferngesteuertes Auto. Es war aber nur bedingt ferngesteuert, da die Fernsteuerung über ein Kabel an das Auto gebunden war. Das heißt, ich musste immer dem Auto hinterher laufen. Und das hat mir nicht wirklich viel Spaß gemacht. Später hatte ich ein größeres Auto mit einer Funk Fernbedienung. Das war schon besser. Doch die Lenkung war komisch. Ich konnte irgendwie nicht ganz einschlagen oder gar nicht. Es hatte einen riesigen Wendekreis, war mir viel zu langsam und es kam kein Spaß beim Fahren auf. Nee, nee, so konnte ich mich nicht austoben. Also sagte ich mir damals, wenn ich einmal groß bin, dann hole ich mir ein richtig ferngesteuertes Auto. Es mussten 35 Jahre vergehen, bis ich dem kleinen Marius in mir diesen Wunsch erfüllte. Warum eigentlich? Weil ich es ist nicht so, dass sie nicht da gewesen wäre. Ich hatte sie einfach ignoriert. Teilweise so weit, dass ich sie überhaupt nicht mehr wahrnehmen konnte. Du kennst das sicherlich. Wenn du in einem Raum bist, in dem sich mehrere Menschen unterhalten, kannst du nur durch das Ändern deines Fokus bestimmen, welcher Unterhaltung du folgst. Du nimmst zwar immer noch wahr, dass da mehrere Stimmen sind, aber du kannst immer nur einer Unterhaltung zuhören und dir folgen, nicht zweien gleichzeitig. Wenn du dann deinen Fokus änderst, ohne den Kopf zu neigen, ohne dich durch den Raum zu bewegen, folgst du nun einer anderen Unterhaltung, einzig und alleine durch deine Entscheidung und das Ändern deiner Aufmerksamkeit. So ist das auch mit der Stimme in dir. Das kleine Kind in dir redet mit dir. Dein Herz redet mit dir. Sogar deine Emotionen reden mit dir. Ja, auch dein Körper redet mit dir. Und nicht zuletzt reden deine Gedanken mit dir. Und du alleine bestimmst, welcher Stimme du jetzt zuhören möchtest. Du könntest einer nach der anderen zuhören, doch das tust du vermutlich meistens nicht. Eine der Stimmen bekommt die Aufmerksamkeit und die diesen Stimmen nicht zu, müssen sie lauter werden, damit du sie wahrnimmst. Sie müssen lauter schreien als die anderen, denen du bevorzugt zuhörst. Wir haben meistens eine Stimme, der wir am liebsten lauschen. Und das ist von Mensch zu Mensch und von Lebensphase zu Lebensphase verschieden. Oft ist der Verstand zum Chef geworden und erklärt dir und den anderen, wie alles funktioniert. So kann er dir sogar vorgaukeln, dass er den Job der Gefühle übernommen hat. Und dann denkst du, dass du fühlst. Ein gedachtetes Gefühl. Ist das nicht faszinierend? Der Verstand hat keine Ahnung, was fühlen ist. Er kann versuchen, es zu erklären, aber er kann nicht fühlen. Genauso wenig wie ein Gefühl, die einen Tischplatz in einem Restaurant reservieren kann. Es kann zwar entscheiden, in welchem Restaurant du gehen möchtest, aber du brauchst deinen Kopf, um die Reservierung auszuführen. Zurück zu den Stimmen in dir und dem, was du dir vielleicht auch als Kind vorgenommen hast. Denn dieses Kind ist ja immer noch in dir. Und es wartet immer noch darauf, dass du die Entscheidungen und Versprechen von damals umsetzt. Kennst du das? Ein Kind bekommt etwas versprochen, zum Beispiel auf den Jahrmarkt zu gehen und es freut sich darauf. Der Jahrmarkt ist da und es ist schon ganz heiß darauf, Zuckerwatte zu essen und mit dem Karussell zu fahren. Ein Kind vergisst so etwas nicht. Alles, was ein Kind versprochen bekommt, merkt es sich. Die Welt des Kindes ist ja noch nicht voll von Problemen. Es trägt dieses Gefühl der Freude auf den Jahrmarkt mit sich herum. Versprochen ist versprochen. Und dann, wir alle kennen das, passiert etwas, sodass die Eltern nicht auf den Jahrmarkt gehen können oder nicht wollen. Die Eltern ändern ihre Prioritäten, das Kind wird hinten angestellt. Das Kind reagiert entsprechend traurig oder ist wütend auf seine Eltern, wenn der Jahrmarkt einfach durch ein leeres Versprechen oder einen faulen Kompromiss ausgetauscht wird. Und dieses Kind trifft dann eine Entscheidung. Es wird zum Beispiel entscheiden, den erwachsenen Menschen nichts mehr zu glauben oder nicht mehr zu vertrauen. Es lernt quasi, dass man sich nicht auf das Wort der Erwachsenen verlassen kann, was in dem Fall ja auch korrekt ist. Das Vertrauensverhältnis zu den Eltern und Erwachsenen ändert sich dadurch enorm. Selbst wenn die Eltern einen aus ihrer Sicht triftigen Grund haben, wie viel Mühe machen sie sich, dem Kind diese Gründe zu vermitteln. Sicher kennst du solche Situationen aus deiner Kindheit. Das Kind von damals ist heute immer noch in dir und wartet darauf, dass du, das heißt der Erwachsene, ihm diese Wünsche erfüllst. Nicht irgendwann, jetzt, heute. Als ich das erkannt hatte, bin ich in einen Spielwarenladen gegangen und habe mir dort die ferngesteuerten Autos zeigen lassen. Alleine das Betreten des Ladens löste in mir Staunen und Freude aus. Der kleine Marius wusste, dass er sich heute was aussuchen durfte. Ich war natürlich schon öfters in einem Spielwarenladen, aber nicht so meinetwegen auf diese Art. Und jetzt musste der Gedanken über das ist doch zu teuer oder sonst etwas machen. Als jemand kam, um mich zu beraten, wurde ich gefragt, wie alt denn das Kind sei. Witzig, sagte ich. Und ich habe diesen Moment und den Gesichtsausdruck des Verkäufers so sehr genossen. Und das Kaufen erst, das Auspacken, das Ausprobieren. Ich war in diesem Moment das kleine Kind, das sich so auf dieses Auto gefreut hatte. Und ich, nein, wir, der kleine und der große Marius, hatten richtig viel Spaß. Allerdings noch nicht genug, denn es war mir wieder zu langsam. Also bestellte ich uns über das Internet einen kleinen Monster Truck und einen extra starken Akku, damit dieser Truck noch schneller fährt und das Teil fetzt. Und wir haben so viel Spaß damit. Allein wenn ich jetzt wieder daran denke, kommt in mir diese Freude auf. Und wenn ich mit dem ferngesteuerten Truck durch die Gegend fahre, dann mache ich das nicht alleine. Der kleine Marius und ich, wir machen das gemeinsam. Was ist es, was du einmal tun oder haben wolltest? Worauf wartest du? Höre auf diese Stimme in dir. Wenn deine Stimme sagt, geh ins Kino, dann tu es. Wenn du es nicht machst, dann hast du ein Problem. Dann findet in dir ein Konflikt statt. Es ist der gleiche Konflikt wie damals zwischen dir als Kind und deinen Eltern. Nur dass du jetzt mit deinem eigenen inneren Kind im Konflikt bist. Hör auf diese Stimme. Nimm sie liebevoll wahr. Und höre welche Argumente du deinem inneren Kind lieferst, um es nicht tun zu müssen. Es ist lächerlich. Es sind genau die Ausreden, die Eltern ihren Kindern liefern, weil sie keine Lust haben oder ihre Priorität auf vermeintlich wichtigere Dinge gelegt haben. Höre genau auf deine Ausreden. Meistens entstehen sie aus einer Angst heraus. Ein Kind kennt diese Angst noch nicht. Ein Kind will Freude spüren. Und wenn sich das Kind in dir freut, freust du dich automatisch mit ihm. Gönne ihm diese Freude. Es wird dir gut tun. Schenke du deinem Kind die Liebe und Aufmerksamkeit, die es sich immer von den anderen gewünscht hat. Sei du für dein Kind da, wenn es sich einsam fühlt. Höre du auf die Bedürfnisse deines inneren Kindes. Es ist einzig und alleine dein Job, diese zu erfüllen. Übung Erstelle eine Liste mit all den Dingen, die du als Kind haben oder tun wolltest. Spüre in dich hinein, welche Wünsche davon eine wirkliche positive Ladung haben und in dir eine große Freude hervorrufen. Und dann setze einen Wunsch nach dem anderen um. Nicht als To-Do-Liste, damit es erledigt ist. Lass dir Zeit und genieße jeden einzelnen Punkt. Feiere es und freue dich auf die gemeinsame Zeit mit deinem inneren Kind. Das war erst Silber Moin Moin Silber Mond Träum ja nur und Johannes Oerding 100 Leben Erfahrung das ist ja das warum wir hier sind. So viel Erfahrung die gut für 100 Leben reicht. Welche Erfahrung machst du denn? Welche möchtest du gerne machen? Was steht so auf deiner Liste? Huch das passt ja zu meinem nächsten Kapitel. Die Herrschaft über den Augenblick ist die Herrschaft über das Leben. Marie von Ebner Eschenbach Es gibt kein nächstes Mal. Gelegenheiten sind dazu da um genutzt zu werden. Und es gibt einen optimalen Moment dafür. Jetzt. Vielleicht kennst du das. Eine Gelegenheit tut sich auf. Zum Beispiel lädt dich ein Freund ein, beim Improvisationstheater mitzumachen, was du auch schon immer mal machen wolltest. Und wenn das nicht der Fall ist, kannst du ja einfach mal so tun, als ob. Oder du überlegst dir was Vergleichbares. Also, die Gelegenheit ist günstig, alles passt. Und auf einmal, zwei, drei Stunden bevor es losgeht, hast du ein Grummel im Magen. Oder ein Kratzen im Hals. Oh oh, da ist vielleicht eine Erkältung im Anmarsch. Oder etwas anderes tut sich auf, was jetzt so gar nicht in den Plan passt. Am nächsten Tag willst du wieder fit sein, die Arbeit ruft oder irgendwas Wichtiges steht an. Vielleicht ein Date oder eine Reise oder, oder, oder. Also sagst du, ah nee, du, ich komme doch nicht mit. Aber, aber das nächste Mal dann. Es ist jedoch so, es gibt kein nächstes Mal. Zeit ist eine Illusion. Sie existiert nicht. Warum? Sie ist eine Erfindung der Menschen, die nur im Kopf existiert. Wie viel Uhr war es, als der erste Mensch auf die Welt kam? Wir können es schon allein deshalb nicht wissen, weil die Zeit noch nicht erfunden war. Die Welt ist voller Veränderung. Kein Moment ist wie der andere. Nichts bleibt, wie es ist. Beobachte deine Umgebung. Du kannst nicht zweimal dieselbe Luft atmen. Sie verändert sich alleine durch deinen Atem. Und es gibt nur diesen einen Zeitzustand. Und dieser ist immer jetzt. Vergangenheit und Zukunft existieren nur in deinem Kopf. Zeige mir ein Bild von gestern. Oder erzähle mir eine Geschichte von gestern. Du zeigst mir das Foto jetzt. Und die Geschichte von gestern spielt sich jetzt in deinem Kopf ab. So gesehen passiert alles gleichzeitig. Nämlich jetzt in deinem Kopf. Sogar die Zukunft spielt sich so jetzt in deinem Kopf ab. Jetzt ist das, was ist. Vergangenheit und Zukunft sind das, was nicht ist. Leben heißt Veränderung. Wir messen diese Veränderung und nennen sie Zeit. Nur kannst du in keinem anderen Zustand als im Jetzt sein. Auf deine Uhr könnte jetzt stehen und sie hätte immer recht. Wenn du sagst, das mache ich das nächste Mal, dann ist das wie mit dem Schild in der Kneipe um die Ecke, auf dem steht, morgen gibt es Freibier. Und voller Freude gehst du am nächsten Tag wieder in die Kneipe und da steht wieder, morgen gibt es Freibier. Also gehst du am nächsten Tag hin, vielleicht bis an dein Lebensende. Glaubst du nicht? Oh, schau nochmal genau hin. Denn so leben die meisten Menschen. Sie sagen sich, naja, das nächste Mal. Auch das könnte auf dem Schild in der Kneipe stehen. Das nächste Mal. Es existiert nicht. Es existiert nur ein dieses Mal. Dieser Moment ist alles, was du in deinem Leben hast und jemals haben wirst. Du wirst das nächste Mal nie erleben, genauso wie es in der Kneipe kein Freibier aufgrund des Schildes gibt. Wenn du also das nächste Mal sagst, dann erstellst du in deinem Kopf einen illusionären Raum, der mit einem Wunsch gefüllt wird und den du jetzt mit dir trägst, bis du ihn im Jetzt erfüllst. Ich sage nicht, dass du diese Wünsche nicht später erfüllen könntest. Nur sei dir bewusst, wie sehr du diese Kiste schon mit Wünschen gefüllt hast, weil du die Erfüllung aufgeschoben hast. Jedes Mal wird die Kiste voller und voller und als Kind haben wir vieles dort reingesteckt, weil uns viele Wünsche nicht erfüllt werden konnten. Als Kind haben wir uns oft gesagt, wenn ich einmal groß bin, dann werde ich... und ab in die Kiste. Öffne eine Kiste nach der anderen und erfülle dir diese Wünsche. Jetzt. Heute hast du viel mehr Möglichkeiten, als du als Kind hattest. Dein inneres kleines Kind wird es dir danken und du wirst mit diesem Kind zusammen viel, viel Freude erleben. Jetzt. Nicht irgendwann einmal. Nicht das nächste Mal. Jetzt. Übung. Gehe in dich und öffne eine Das-Nächste-Mal-Kiste. Schreibe auf, was du dort alles hineingelegt hast und nimm dir ruhig Zeit dafür. Meditiere darüber. Priorisiere diese Liste und tue es jetzt. Lies mit dem Buch nicht weiter, bis du mindestens einen Punkt auf der Liste erledigt hast. Tue es jetzt und nicht später. Naja, später existiert ja auch gar nicht. Dothar Kea für die Sterne. Bist du wach? Oder träumst du gerade? Wie kannst du dir da sicher sein? Aufgeschoben wird irgendwann zu aufgehoben. Wann, wenn nicht jetzt? Das Sprichwort lautet, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Doch irgendwann fühlt sich das Aufgeschoben an wie aufgehoben. Die Gefahr ist sehr groß, dass ein Vorhaben irgendwann in Vergessenheit gerät. Genau darum geht es ja im Grunde genommen auch im vorherigen Kapitel. Falls du dir also noch keinen Wunsch erfüllt hast aus deiner Das-Nächste-Mal-Kiste, dann kümmere dich jetzt darum. Um dir das Vorhaben zu erleichtern, bekommst du jetzt eine Extra-Seite im Buch, um deine Wünsche aufzuschreiben, die du als Kind hattest und die du nicht erfüllt bekommen hast. Es liegt jetzt an dir, diese Wünsche zu erfüllen. Du brauchst jetzt erstmal nur einen Stift. Notiere dann deine Wünsche. Markiere dir sieben Wünsche, welche dich am meisten ansprechen. Erfülle dir pro Woche mindestens einen Wunsch. Kneifen gilt nicht. Und ich lade dich ein, dass du das jetzt wirklich machst. Ich spiele gleich wieder ein Lied. Und ich lade dich ein, dass du dir jetzt einen Zettel nimmst und dir Wünsche aufschreibst. Es muss jetzt nicht perfekt sein. Es muss nicht schnell sein. Es muss nicht vollkommen sein. Es darf einfach das sein, wenn du dich an deine Kindheit erinnerst. Was hast du dir gewünscht, dass du das einfach mal in Ruhe aufschreibst. Du wirst jetzt gut zehn Minuten Musik geschenkt bekommen, in der du diese Wünsche aufschreibst. Und dann habe ich noch ein paar Extra-Tipps zu den Wünschen. Also, Zettel und Stift sind gefragt. Und dann geh in dich. Wenn du kannst, schließ gerne die Augen und erinnere dich an deine Kindheit. Vielleicht kannst du dich sehen als Kind. Und zwar da, wo du bestimmte Wünsche hattest. Und das kann manchmal ein bisschen dauern, bis die dann wirklich sich zeigen. Also, nimm dir Zeit, dass die Wünsche kommen dürfen. Und dann einfach einen nach dem anderen aufschreiben. Und wenn da der Gedanke ist wie, naja, das geht doch gar nicht. Das kann ich mir doch gar nicht wünschen. Doch kannst du. Limitiere dich da auf keinen Fall. Sage nicht, das geht nicht, das darf ich nicht, das kann ich nicht. Da bin ich zu alt für. Die kommen ungefiltert aufs Papier. Und lass dich überraschen, was da alles hochkommt. Also nochmal, wenn der Wunsch da ist, schreiben aufs Papier. Später kannst du ihn immer noch löschen. Aber gib dem Raum. Und so kann von einem Wunsch noch was anderes entstehen. Ach, genau. Ah, ja, ja. So, genug geredet. Jetzt kommt die Musik. Geht achteinhalb Minuten lang. Viel Freude. Mit Vision of Mahakala von Sinai Wodiani. Du hörst Marius Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Ich heiße Marius Schäfer und bin von Haus aus ein neugieriger Mensch. Liebevoll neugierig. Ich will wissen, wie das Leben funktioniert. Ich will wissen, was möglich ist. Ich bin ein Erfahrungsjunkie und würde jetzt am liebsten wissen, was du alles so auf deinem Papier geschrieben hast. Welche Wünsche du nämlich hast. Was du so schon dein Leben lang mit dir rumträgst an unerfüllten Wünschen. Was sich dein inneres Kind wünscht. Falls du Lust hast, das mit mir zu teilen, freue ich mich. Du kannst mir eine E-Mail schreiben an radio-at-marius-schäfer.de Schäfer mit A-E Und auch gerne eine WhatsApp an die 0170-6564-165. SMS ist nicht möglich an diese Nummer. Und wenn du einen Musikwunsch hast, dann schreibe mir das auch gerne. Einen Musikwunsch, einen Musikgruß. Schicke auch an radio-at-marius-schäfer.de eine E-Mail oder eine WhatsApp 0170-6564-165. Jetzt hätte ich beinahe den Faden verloren. Aber auch nur beinahe. Denn meine Uhr sagt mir, ich habe nicht mehr so viel Zeit, bis die Sendung zu Ende ist. Es lohnt sich leider nicht mehr, das nächste Kapitel zu lesen. Und es geht darum, dass ich mein Versprechen noch einlösen darf. Ich habe nämlich am Anfang gesagt, dass ich ein bisschen was erzähle, was ich so erlebt habe in den letzten zwei Wochen. Und das war verhältnismäßig wenig zu dem, wie das sonst manchmal aussieht. Aber eine Sache möchte ich gerne mit dir teilen. Und zwar habe ich im Februar diesen Jahres angefangen, eine Methode anzuwenden. Es ist so, dass ich regelmäßig krank wurde, dass ich regelmäßig Nebenhellenentzündung bekommen habe. Und zwar so zwei, drei, vier Mal im Jahr. Das war früher so schlimm, dass ich dann immer Antibiotika genommen bekommen habe, weil sonst irgendwie gar nichts mehr möglich war. Auf gut Deutsch, ich hatte so richtig die Schnauze voll von vielen Dingen. Und so auch im Februar. Es ist schon viel besser geworden durch die Arbeit, die ich an mir gemacht habe. Also es ist schon deutlich besser gewesen. Aber es war nicht so, dass es wirklich weg war. Also hatte ich mich entschlossen, eine Methode anzuwenden. Es gibt einen Holländer, einen Niederländer, der heißt Wim Hof. Und damit habe ich im Februar angefangen und ich habe mir gesagt, das mache ich mindestens ein Jahr, um festzustellen, ob es funktioniert. Weil der gute Mensch sagt, er ist seit 30, 35 Jahren nicht mehr krank gewesen. Und er sagt, das kann jeder andere auch. Das wäre also kein genetischer Defekt und nichts Besonderes in dem Sinn, sondern jeder kann das lernen. Das ist kein Hexenwerk. Und da habe ich gesagt, alles klar, Wim, ich will es wissen. Und seit Februar wende ich die Methode an und ich werde, wenn das ja rum ist, eine extra Sendung darüber machen, um zu berichten, wie es war. Nur ich erzähle das jetzt schon mal, weil ich eben das jeden Tag praktiziere. Und das ist eine Kombination aus Atemübung und Kälte. Es geht darum, kalt zu duschen oder kalt zu baden. Und ich habe Kälte gehasst. Also im Grunde genommen, wenn ich irgendwo war, wo es zu kalt war, dann bin ich auch immer krank geworden. Und da habe ich mir gedacht, das darf nicht sein, das kann doch nicht sein, dass das bei mir so einen krassen Effekt hat. Und ich kann jetzt schon mal sagen, es funktioniert sehr gut. Nochmal der Schwenk. Warum erzähle ich das jetzt? Weil ich im Moment eine Seminargruppe begleite, die ist am Bodensee. Das heißt, jeden Monat bin ich für vier, fünf Tage am Bodensee. Und dann kann ich es mir nicht nehmen lassen. Im Gegenteil, das ist für mich die Einladung zu sagen, sehr schön, ich gehe jetzt jeden Morgen und jeden Abend im Bodensee in Anführungszeichen schwimmen. Weil ich schwimme da nicht, sondern ich sitze einfach im Wasser. Und das mache ich so zwischen zehn und zwanzig Minuten. Das hat, im Moment ist der Bodensee angenehme 14 Grad gewesen. Und dann habe ich mich da reingesetzt und es ist unglaublich. Also ich habe es genossen, ich habe es genießen können und ich tue das jeden Tag. Ich dusche jeden Tag kalt. Seit einem halben Jahr dusche ich nur noch kalt. Und wenn ich mich so reden höre, dann höre ich auch gleich so eine Stimme und sage, ist der jetzt völlig gaga? Also muss das sein? Ich habe gesagt, ich bin ein Erfahrungsjunkie und das gehört definitiv dazu. Ich freue mich jetzt schon, dir ausführlicher darüber berichten zu können, wenn das Jahr rum ist im Februar, weil es einfach ununglaublich ist, was da alles passiert. Vollkommen von Janine und André Devis. Ja, vollkommen bist du. Du bist ein vollkommenes Wesen. Und das musst du mir jetzt nicht glauben. Die Einladung ist ja, dass du es selbst entdeckst. Dass du, ich wiederhole mich. Anscheinend ist das für mich im Moment ein wichtiger Teil, mich so in die Arme zu nehmen, wie ich bin. Auch wenn ich Dinge tue, wo ich sage, oh, das wollte ich doch gar nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe im Moment eine Phase, wo ich mir immer mehr bewusst werde, dass es so einen Moment der Entscheidung gibt. Das heißt, da gibt es einen Moment, wo ich entscheiden kann, ob ich das tun möchte oder nicht. Also, dass ich immer eine Entscheidung treffen kann. Und die Frage, die mir im Moment sehr gut hilft, ist, will ich das? Will ich dieser Mensch sein mit diesen Konsequenzen? Das hat ja immer alles Konsequenzen. Will ich jetzt der Mensch sein mit dieser Konsequenz oder entscheide ich mich für etwas anderes? So wie wenn ich mich frage, entscheide ich mich für die Liebe oder für die Angst? Entscheide ich mich für die Liebe oder den Mangel? Und dabei geht es nicht darum, mir den Kopf zu zerbrechen, sondern genau das Gegenteil zu tun. In mich einzutauchen und in einen Flow zu kommen. In einen Flow, aus dem heraus alles geschehen kann und darf. Weil ich es mir wert bin. Weil ich diese Erfahrung machen möchte. Weil ich gar nichts dazu tun muss. Weil es einfach geschehen darf. Das heißt, im Grunde genommen ist es auch so ähnlich wie jetzt. Ich rede, ich werde geredet. Ich brauche da gar nichts zu tun. Ich lasse es einfach geschehen. Und im Grunde genommen weiß ich gar nicht, welche Worte da rauskommen, weil sie von ganz alleine kommen. Es ist wie, wenn ich einfach nur einen Schalter anlege und ich könnte jetzt ein Thema reingeben. Und dann kommt halt dieses Thema und ich erzähle was zu diesem Thema. Aber was das ist, keine Ahnung. Vielleicht mache ich deswegen so gerne Radio. Weil ich dann einfach rede und erzähle, keiner unterbricht mich. Ja. Ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Hier auf Radio Rheinwelle 92,5 Marius Lebensimpulse Die nächste Sendung ist in vier Wochen. Weil in zwei Wochen bin ich auf einer Veranstaltung. Und in vier Wochen ist die nächste Sendung der 18. November wieder von 15 bis 17 Uhr. Und heute Abend ist Stammtisch. Da musst du kommen. Unbedingt. Nein. Ich lade dich ein, dass du wieder, dass du zu dem Stammtisch kommst. 19 Uhr im Café Delzoll in Wiesbaden. Einfach nur gemütlich zusammen sein, austauschen, sich beschnuppern, angucken. Und ich freue mich, wenn du kommst. Wenn ich dich persönlich kennenlernen kann und darf. Wenn dir die Musik gefallen hat, kannst du sie dir nochmal anhören. Denn ich habe eine Playlist herstellt auf Spotify und diese. Und alle Sendungen findest du auch nochmal als Podcast auf meiner Webseite zum zum Nachhören. Und jetzt bleibt mir wieder nichts anderes zu sagen, als dir eine wundervolle Zeit zu wünschen. Mit viel toller Erfahrung. Mit vielen tollen Momenten. Vielen wertvollen Momenten. Und es ist so schön, dass es dich gibt. Habe eine schöne Zeit und denke mal daran, du bist du bist Ich zöge es noch heraus. 3 2 1 Wunderbar. Weitere Informationen über die Angebote und Seminare von Marius Schäfer findest du im Internet unter www.marius-schäfer.de Wunderbar. GmbH. und